In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Sattelpunkte erkennen, bestimmen und nachweisen kann. Als erstes wollen wir uns anschauen, wie man diesen Sattelpunkt anhand eines Graphens erkennen kann. Dafür habe ich jetzt diesen Schaubild hier ausgewählt. Und der Sattelpunkt ist sehr, sehr einfach zu erkennen. Es ist einfach diese flache Stelle hier bei 3. Wieso? Na ja, es gibt zwei Gründe dafür. In erster Reihe ist der Sattelpunkt eine Wendestelle oder ein Wendepunkt. Das kann man auch hier sehr gut erkennen. Vor diesem Sattelpunkt ist die Funktion rechts gekrümmt. Nach dem Sattelpunkt ist sie links gekrümmt. Also wir haben einen Krümmungswechsel und das bedeutet automatisch eine Wendestelle. Zusätzlich, wenn wir an dieser Stelle eine Tangente an der Kurve anlegen, dann wird das eine waagerechte Tangente und eine waagerechte Tangente hat immer die Steigung 0. Das bedeutet, er klaut auch ein bisschen was von den Eigenschaften der Extrempunkte. Und zwar, seine Steigung ist 0. Schlussfolgernd können wir dann sagen, wenn wir einen Sattelpunkt bestimmen wollen, dann müssen wir in erster Reihe einen Wendepunkt bestimmen. Deshalb setzen wir die zweite Ableitung gleich 0. Dann die Steigung ist ebenfalls 0. Deshalb muss auch die erste Ableitung an dieser Stelle 0 sein. Also zusammengefasst kann man sagen, der Sattelpunkt ist immer ein Wendepunkt mit der Steigung 0. Bevor wir gleich ein paar Beispielaufgaben rechnen, wollen wir uns zuerst noch kurz die rechnerischen Lösungsansätze anschauen. Also, wir haben gesagt, wir wollen Wendestellen oder Wendepunkte bestimmen. Dafür setzen wir natürlich die zweite Ableitung gleich 0 und lösen die Gleichung. Wir gehen es davon aus, wir haben eine Lösung und diese Lösung lautet allgemein x1. In erster Reihe müssen wir natürlich überprüfen, ob dieser Punkt ein Wendepunkt ist. Also kurz gesagt, ob der Wendepunkt existiert. Dafür setzt man üblicherweise diesen x-Wert in die dritte Ableitung. Und damit der Wendepunkt existiert, muss diese dritte Ableitung verschieden von 0 sein. Gut, jetzt wissen wir, wir haben einen Wendepunkt. Jetzt ist natürlich noch interessanter, ob dieser Wendepunkt ein Sattelpunkt ist. Dafür brauchen wir eine weitere Überprüfung. Und zwar zur Erinnerung, was wir vorher besprochen haben. Die Steigung muss 0 sein. Wir erinnern uns, die Steigung ist die erste Ableitung. Deshalb nehmen wir nochmal diesen x1-Wert und setzen es in der ersten Ableitung. Und erst dann, wenn die erste Ableitung auch 0 ist, können wir mit Gewissheit sagen, dass dies ein Sattelpunkt ist. Für den Fall, das noch verlangt ist, können wir natürlich auch die y-Koordinate von diesem Punkt rausbekommen, indem wir einfach diesen x-Wert in die Ausgangsfunktion f von x einsetzen. Und schon sind wir bei unserer ersten Beispielaufgabe. Wir sollen nun für diese Funktion f die Koordinaten der Wendepunkte bestimmen, beziehungsweise überprüfen, ob einer dieser Wendepunkte ein Sattelpunkt ist. Stichwort Wendepunkte. Das bedeutet, wir brauchen erstmal drei Ableitungen samt Überprüfung. Also die erste Ableitung wäre dann entsprechend 4x³ plus 3x². Dann die zweite Ableitung. 12x³ plus 6x. Und die dritte Ableitung, die wir nur für die Existenzüberprüfung brauchen, lautet dann 24x plus 6. Um zuerst die Wendepunkte zu bestimmen, setzen wir natürlich die zweite Ableitung gleich 0. Ich schreibe hier kurz einen Ansatz hin. Und damit haben wir an dieser Stelle 12x² plus 6x ist gleich 0. Jetzt müssen wir die Gleichung lösen. Beide Terme haben ein x gemeinsam, deshalb klammern wir dieses x raus. Und dann haben wir nur noch 12x plus 6 sind gleich 0. Und dann nach diesem Satz vom Nullprodukt haben wir einmal x1 ist 0. Und einmal 2x plus 6 ist gleich 0. Hier müssen wir noch ein bisschen umformen. Minus 6, 12x ist gleich minus 6 geteilt durch 12. Somit ist x2 minus 6 zwölften oder minus 1 halb. Als nächstes müssen wir natürlich überprüfen, ob diese zwei Lösungen auch Wendepunkte sind. Dafür setzen wir zuerst in die dritte Ableitung. Also die dritte Ableitung habe ich ja hier. Einmal setze ich die 0 ein. f' von 0. Und dann haben wir 24 mal 0 plus 6 sind natürlich 6. Weil die dritte Ableitung verschieden von 0 ist, haben wir hier auf jeden Fall einen Wendepunkt oder eine Wendestelle. Und dann setzen wir noch diese minus 1 halb in die dritte Ableitung. Und dann haben wir 24 mal minus 1 halb und plus 6. Dann kommt minus 6 raus und das ist ebenfalls verschieden von 0. Also auch hier haben wir eine Wendestelle. Gut, wir haben zwei Wendestellen. Jetzt wollen wir natürlich überprüfen, ob einer davon auch ein Sattelpunkt ist. Dafür brauchen wir die Steigung. Und die Steigung bedeutet die erste Ableitung. Also wir nehmen nochmal diese x-Werte und setzen sie in der ersten Ableitung, die wir hier schon links haben. Wenn ich 0 einsetze, dann habe ich 4 mal 0 hoch 3 plus 3 mal 0 hoch 2. Und wenn ich das Ganze zusammenfasse, kommt natürlich 0 raus. Also das ist ja tatsächlich ein Sattelpunkt. Ich schreibe hier abgekürzt. Und wenn ich jetzt noch die zweite Überprüfe mache mit minus 1 halb, dann habe ich an dieser Stelle 4 mal minus 1 halb hoch 3 plus 3 mal minus 1 halb hoch 2. Und wenn wir das ausrechnen, dann kriegen wir 1 Viertel raus. Also das hier wäre nur ein stinknormaler Wendepunkt und kein Sattelpunkt. Was man noch hier bestimmen könnte anhand der Aufgabenstellung verlangt, sind die Wendepunkte. Das würde, wir brauchen auch noch die y-Koordinaten. Deute ich hier an dieser Stelle kurz an. Also wir setzen diese x-Werte in die Ausgangsfunktion in f von x ein. Mit 0 ist es natürlich ganz einfach. f von 0 ist dann 0 hoch 4 plus 0 hoch 3 und sind natürlich 0. Ich kürze es jetzt ab mit S und dieser Sattelpunkt hätte dann die Koordinaten 0' 0. Und wenn wir jetzt noch minus 1 halb in die Anfangsfunktion einsetzen, dann haben wir minus 1 halb hoch 4 plus minus 1 halb hoch 3. Und wenn man das Ganze zusammenfassend tut, dann kommt minus 1 sechzehntel raus. Und dieser minus 1 sechzehntel ist die y-Koordinate von dem normalen Wendepunkt. Also den bezeichne ich jetzt mit W und er hat die Koordinaten minus 1 halb und minus 1 sechzehntel. Also auf diese Weise kann man Sattelpunkte bestimmen und nachweisen. Und zum Schluss noch eine sehr kurze Aufgabe. Wir haben eine Funktion f von x und wir sollen überprüfen, ob sie an der Stelle x gleich 0 einen Sattelpunkt besitzt. Dafür müssen wir nicht das gleiche wie vorher machen, da die Stelle schon gegeben ist. Das bedeutet, wir müssen sie nur anhand der Ableitungen überprüfen. Dafür bilden wir zuerst die ersten drei Ableitungen. Also f' von x wäre dann entsprechend 4x³ minus 12x². Dann die zweite Ableitung. 12x² minus 24x. Und noch die dritte Ableitung. 24x minus 24. Jetzt, da wir die Stelle schon haben, können wir als erstes überprüfen, ob das überhaupt ein Wendepunkt ist. Dafür setzen wir diesen x-Wert in die zweite Ableitung. Und wenn es tatsächlich eine Wendestelle ist, sollte auf jeden Fall 0 rauskommen. Also f' von 0 wäre dann entsprechend 12 mal 0 hoch 2 minus 24 mal 0. Und tatsächlich ergibt das 0. Das bedeutet, die erste Überprüfung stimmt. Dann die Existenz dieses Wendepunktes mit der dritten Ableitung. Auch dort setzen wir für x 0 ein und da muss was verschieden von 0 rauskommen. Dann haben wir 24 mal 0 minus 24. Und das sind natürlich minus 24, was wiederum verschieden von 0 ist. Also unser Wendepunkt existiert. Und jetzt nur noch die Überprüfung, ob es ein Sattelpunkt ist. Das bedeutet, ob die Steigung 0 ist. Dafür setzen wir jetzt noch diesen x-Wert in die erste Ableitung. Also wir haben hier an dieser Stelle noch f' von 0. Und das ist dann 4 mal 0 hoch 3 minus 12 mal 0 Quadrat. Das sind gleich natürlich 0. Also die Steigung ist ebenfalls 0. Damit haben wir die Gewissheit, an der Stelle x gleich 0 besitzt diese Funktion einen Sattelpunkt. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In Zusammenhang mit diesem Thema findet ihr im Abspann noch weitere Videos. Bezogen auf Wendepunkte, Extrempunkte, also damit meine ich Hoch- und Tiefpunkte. Und natürlich hat das auch was mit der grafischen Ableitung oder Differentiation zu tun. Und natürlich hat das auch mit der grafischen Ableitung oder Differentiation zu tun. Und natürlich hat das auch mit der grafischen Ableitung ... Vielen Dank.